Hallo, ich bin der Mitko und ich koche heute für euch Uchtipzi. Wissen Sie, was Uchtipak heißt oder Uchtipzi? Das ist so ein balkanisches Essen. Es ist so ähnlich wie Langosch, ist es aber nicht. Guten Morgen, alle zusammen. Mein Name ist Mitko und ich zeige Ihnen jetzt, wie man den Teig ausrollt für mein Gericht. Und der heißt Uchtipak oder Uchtipzi. Was wir jetzt brauchen ist Weizen von Kornmehl. So, das sieht schon gut aus. Schauen Sie das mal an. Der wird jetzt geknetet. So, ich mache noch bisschen Olivenöl rein. Olivenöl ist immer gut. Es ist gesund. Das hier ist so schön. Schauen Sie mal. Jetzt riecht ich Fluffisch. Das hier ist gut. Oh. Okay. Dann nehme ich so einen Roller. So sieht es aus. Wir können Muster selber bauen. Wir können ein Herz machen. So jetzt machen wir ein Herz. Da raus. Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Das ist ein Herz. Für euch. Ja.